Gesetzliche Rentenversicherung, lohnt sich das? Soll ich dort einzahlen? Kann ich mich in dem Sinne befreien lassen und ist die Rente sicher? All diese Fragen, noch viel mehr klären wir in diesem Video. Zunächst einmal müssen wir kurz mal schauen, wie funktioniert die gesetzliche Rentenversicherung. Und zwar, es handelt sich hier um ein Umlageverfahren, das heißt, die arbeitende, erwerbstätige Bevölkerung zahlt einen Teil in die Rentenversicherung ein von ihrem aktiven Einkommen und aus diesem Topf bedienen sich dann letzten Endes die Rentner. Wir müssen jetzt mal zurückgehen in das Jahr 1890, weil das war quasi der Ursprung der gesetzlichen Rentenversicherung. Und in diesem Jahr sah es ganz anders aus in der damaligen Zeit als das Leben heutzutage. Damals war es so, wir hatten geburtenstarke Jahrgänge. Wir haben eine lange Tätigkeit im Job gehabt. Das bedeutet kürzere Ausbildungszeit. Man hat eine Lehre gemacht, ist direkt in das Berufsleben eingestiegen. Und was noch dazu gekommen ist, die Rentenzeit war in dem Sinne sehr gering, weil die Personen wurden damals auf Grundlage der Medizin nicht so alt. Das bedeutet, sechs Personen, die erwerbstätig waren, hatten zum Beispiel für einen Rentner letzten Endes gesorgt. Doch wie sieht das Ganze heute aus? Heute quasi genau das Gegenteil. Weil jetzt ist es so, wir haben geburtenschwache Jahrgänge. Es ist völlig normal, dass Ehepaare oder Paare keine ein oder maximal zwei Kinder haben. Dazu kommt, dass sich die Ausbildungszeiten drastisch verlängern, weil ich jetzt Abitur mache, ich mache eine Lehre, ich mache noch ein Studium, noch einen Masterstudiengang. Und wenn ich mit 16 Jahren ins Berufsleben einsteige oder mit 30 Jahren, dann habe ich einfach mehr Jahre, die ich benötige, um das Gleiche an der Rente aufzubauen. Das bedeutet, die Leute sind natürlich auch mehr gebildet in der aktuellen Phase, aber das heißt auch weniger Zeit im Erwerbsleben. Dazu kommt, dass die Personen heutzutage viel, viel länger leben auf Grundlage der Hygiene, der aktuellen Gegebenheiten, des medizinischen Fortschrittes. Das heißt, du kannst viel, viel älter werden. Das heißt, die Zeit in der Rentenphase, die vorher kurz war und die Zeit in der Arbeitsphase, die vorher lang war, das ist jetzt in dem Sinne gekippt. Und somit sind die Zeiten, wo sechs Erwerbstätige für einen Rentner gezahlt haben, in dem Sinne vorbei. Jetzt haben wir zwei Erwerbstätige, die für einen Rentner zahlen oder eins zu eins ist das ganze Verhältnis. Und dass das System dann nicht aufgeht, das ist klar, weil es handelt sich um das Umlageverfahren. Das heißt, das Geld, was du, während du in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlst, monatlich zur Seite legst, das geht im selben Atemzug, wird das jetzt schon einem Rentner gegeben. Das heißt, die Illusion, dass du sagst, ich zahle in die gesetzliche Rentenversicherung, da gibt es einen Topf für mich, da zahle ich ein, darauf habe ich Zinsen, Rendite und später kann ich darauf zurückgreifen, existiert nicht. Es ist das Umlageverfahren. Das Umlageverfahren ist so, dass ich wirklich up to date bin. Das heißt, ich habe ein, zwei Monate in dem Sinne Puffer im Grunde nach und dann ist es so, dass das Geld direkt von der Tasche von der Arbeitenbevölkerung in die zu den Rentnern geht. Und auch heute ist eine Sache schon klar, dass dieses System schon nicht aufgeht und wir müssen es mit Milliarden vom Staat subventionieren. Das heißt, heute im Jahr 2024 muss die gesetzliche Rentenversicherung schon subventioniert werden. Und dann die Frage zu beantworten, ob das im Alter sich letzten Endes lohnt, wie es in dem Sinne aussieht. Also aktuell sieht die Zukunft eher düster aus in diesem System. Und deswegen ist es auch so, die nächste Frage, wenn ich jetzt sozialversicherungsfrei bin, wenn ich sozialversicherungspflichtig bin, muss ich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, kann private Altersvorsorge betreiben und kann in dem Sinne so ein gutes Einkommen generieren und im Alter natürlich auch letzten Endes eine gute Rente mit dem, was ich privat vorgesorgt habe, erwirtschaften. Wenn ich mich jetzt aber sozialversicherungsfrei bin und ich mich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen kann, weil ich Selbstständiger oder Unternehmer bin, dann ist meine subjektive Meinung auf jeden Fall, tu es. Lass dich in dem Sinne befreien, aber mach grundsätzlich nicht den Fehler, den ich dir gleich eröffnen werde. Wenn du dich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lässt, das läuft bei Selbstständigen über das sogenannte Statusfeststellungsverfahren. Das heißt, dort sollte man sich auf jeden Fall schlau machen, mit dem Steuerberater, mit uns gegebenenfalls Rücksprache halten, um dann zu schauen, kann ich mich von der gesetzlichen Rentenversicherung in dem Sinne befreien lassen. Wenn ich mich befreien lasse, jetzt greife ich das Ganze wieder auf, ist es so, ich darf jetzt einen Fehler nicht tun, weil jetzt zahle ich das Geld nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung, spare das, habe jetzt mehr Geld zur Verfügung, gebe das Ganze jetzt aus. Nein, was jetzt sehr smart ist, einen Teil dieses Geldes, was ich in die gesetzliche Rentenversicherung sowieso gezahlt hätte, zur Seite zu legen und das privat in richtige Assets zu investieren. In Aktien, Rohstoffe, Immobilien etc. Weil wenn ich das Geld jetzt dort reinlege, dann habe ich plötzlich eine Thematik, dass das Geld sich vermehrt. Ich habe einen Zuwachs, ich habe Renditen, ich habe Zinsen. Und wenn ich dann noch selbstständiger Unternehmer bin und habe eine Kapitalgesellschaft, GmbH, Holding, Konstrukte oder Ähnliches, dann habe ich einen absoluten Boost, wie ich meinen Vermögensaufbau in dem Sinne aus dem Firmenvermögen sogar betreiben kann. Dazu gerne ein Gespräch buchen, wir geben dir da Insights. Ich war selbst fünf Jahre Finanzbeamter, habe auf der anderen Seite gesessen und kann dir ganz genau sagen, was da die Hacks und Kniffe sind. Das bedeutet, wenn du als Unternehmer, Selbstständiger, Agenturinhaber, Coach, Dienstleister dich befreien lassen kannst oder befreit bist, empfehle ich dir, das Ganze auch zu tun. Das heißt, lass dich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien. Aber Achtung, wenn du angestellt bist und zahlst in die gesetzliche Rente, dann hast du einen Grundstock durch die gesetzliche Rente. Jeder weiß, du musst jetzt noch zusätzlich was machen. Das reicht nicht, um den Lebensstandard zu halten. Wenn du Unternehmer, Selbstständiger bist, hast dich befreien lassen, zahlst nicht mehr ein, dann wird das Loch noch größer oder du hast sogar im Worst Case noch nicht mal einen Rentenanspruch. Und das soll dich ein bisschen wachrütteln. Das heißt, befass dich frühzeitig, mach einen clevere Vermögensaufbau. Wir könnten dich dort mit unserem Protect & Grow System in dem so unterstützen, sodass du dich entspannt als Selbstständiger Unternehmer zurücklegen kannst und weißt, egal wie es im Alter läuft, ich bin abgesichert und habe immer genug Liquidität für meine Familie und für mich zur Verfügung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonnier den Kanal und unter dem Video habe ich für dich noch einen Link beigefügt. Dort gelangst du direkt auf unsere Website, kannst dich umschauen. Falls du Interesse hast, trage dich sehr, sehr gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch. Mein Team und ich, wir freuen uns auf dich, dein Marc. Bis zum nächsten Mal.